Weiter raus. Oh lol Alter. Ich kann die zurücksetzen. Mach damage. Ich setz sie gleich zurück. Jetzt. Komm. Komm von hier hinter dir. Okay. Leute, wir haben einen Reload. Mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Reps Play. Wir spielen Wraith in der Mitte. Gegen eine Fee. Gegen eine Fee. Okay. Die Fee. Die Fee. Die Fee. Ah. Die LRF. The first team. To tilt loses. Wut? Eine Fee. Fee ist übel. Aber Wraith auch. Kriegt direkt mal einen Sniper. Bam. In your face Biach. Willst du gleich noch einen oder was? Komm her. Bam. Junge, du kriegst sie. Keine Chance gegen diesen Wraith. Seht ihr diesen Wraith, wie er abgeht? Bam! Du kannst nichts machen, Alter. Da ist sie Half-Life, die alte. Guck dir es dir an, hier. Seh ich schon. Ja, jetzt läuft sie hinter die Minions. Hat sie Angst, die kleine Faye. Nur noch halb Mana jetzt. Bam! Ja, und? Lieber halb Mana als halb Life, oder? Ja, kannst du streng mal in die Base verpissen, blöde Schachtel. Was ist? Gerade alle im Gegner-Team, ne? Ja, und? Die kriegt von mir auch einen Snipe. Du machst hier keine Last Hits, du Schlampe. Was ist? Schießt du mich ab, oder was? Willst du? Ja, voilà. Achso. Ich hab falsch geskillt. Ich push jetzt mal ein Gebäck, glaub ich. Gebäck. Wie ein, äh, Backwaren-Verkäufer. Ja, hier ist ein Rampage mit Green Buff. Der mich will. Kann ja mal schön seine Zeit hier verschwenden, der Penner. Oh, meine Hand tut jetzt weh, ey, von dem Scheiß-Spiel. Die haben eine Kalari im Gegner-Team auf der Offlane. Ne, haben die nicht. Wie kommst du auf Kalari, Alter? Eigentlich hat er sich verguckt. Hat er sich verguckt. Das ist, wenn man alt ist, ne? Der hat auch mal eine Brille, ja. Das ist mal nicht mehr richtig. Ja. Weiter raus. Oh, lol, Alter. Ich kann die zurücksetzen. Ich mach damage. Ich setze sie gleich zurück. Jetzt, komm, komm mal hier hinter dir. Danke. Ich brauch leider noch einen Punkt, bevor ich wegkomme. Hol dir mal Fluss-Buff. Den Linken trau ich mich nicht. Ich hab wenig Mana. Ich bin unsichtbar. Ich brauch mal hier im Fluss Hilfe. Board. Alter. Ah. Ah. Ich will grad Last-Hitten. Scheiß auf dem Board. Da ist ein Rampage. Ich kann leider nicht mitrotieren. Ich bin fast tot. Ich brauch noch einen Punkt, dann geh ich back. Komm, ich geb der Bitch noch einen mit. Ah, warte. Ich pushe grad mal. Das ist schon wieder Half-Life, die Alte. Willst du noch einen, oder was? Willst du noch einen? Piss dich. So, ich geh jetzt back. An enemy Tower is under attack. An enemy Tower is under attack. An enemy Tower is under attack. Sprykin! Junge. Warum dreht der plötzlich durch? Hat er seine Pille vergessen? Das liegt an dem Cocktail, den mir meine Freundin gemacht hat. Der macht mich wild. Junge, Junge, Junge. Auf geht's hier! Ja. Face Miss in der Mitte. Alles backgeportet, glaub ich. Römer Buffs. Oh, fuck, jetzt hab ich Mana vergeudet. Ah, schon wieder nicht getroffen. Oh, scheiße, ich bin tot. Oh, scheiße, ich bin tot. Und ally has been slain. An ally tower is under attack. Kommt eine Muriel rüber, oder was? Ah, sie geht immer... Sie geht immer auf die andere Seite, die Pitch. An ally tower is under attack. Das ist zu ein Luckage. Alter. Trifft der noch? Oh, fuck, da kann ich nicht hin. Ich bin tot. Drei Leute bei mir im Tower. Kill the Zings. Räche mich. Zings. Jawohl, danke. Danke für den Rechen. Danke für den Rechen. Zings hat einen Double Kill geholt, junge. West Side? Beste Zings, da war der Traitor Worth. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Alles geplant. Schafft der Severok, dass er nicht gegen den Quang, oder was ist da los? Hat er kein... Ah, okay, Quang hat Spryke und Severok nicht. Über was sind gespawnt. Ich glaube, Muriel will einen haben. Was ist mit dem Quang da? Ich bin auf dem Weg. Ich kann... Ich kann ihn vielleicht zurücksetzen, oder wegsnipen. Mach mal den Rampage. Der Rampage ist seiner Ult. Ja, egal. Jetzt nicht mehr. Oh, meh. Oh, fuck. Aua, aua. Ich bin tot. Ich lebe noch. Fuck. Ah. Ich hab nicht... Ich wusste nicht, wo er ist. Ah, wir haben die Pay gekillt. Egal. 1-1. Ah, ich wollte einfach nur den Quang wegsnipen. Das wäre perfekt gewesen. Aber er ist oben. Hingelaufen. Oh, mein Auge tränt, ey. Das ist nervig. Seit gestern. So, kann ich jetzt hier nochmal farmen, oder wat? Boah. Weißt du, die Fade treffe ich die ganze Zeit, aber... Für die Minions, da reicht mein Skill nicht. Alter! Jetzt... Das war aber jetzt nicht meine Schuld. Irgendwie hat meine Maus sich verzogen. Einfach so. Da ist der Motor von der Maus angegangen. Ah, River Buffs. Was ist denn mit meiner Maus jetzt? Was ist denn mit dem Quang? Ich bin on my way. Ich kann ihn zurücksetzen. Ich komme oben lang. Greif an. Einfach... Einfach angreifen. Nein, er hat mich gestunnt schon. Egal, ich kann ihn zurücksetzen. Okay, brauche ich jetzt nicht. Aber wenn ich ihn jetzt zurücksetze, wird kacke. Alter, schon wieder hat uns alle geroutet. Ja, ja. Ist er dann hier wohl. Der Schlitzer. Ist aber rassistisch. In der Mitte? Ja. On my way, Biatch. Alter! Neben mir schlägt einfach ein Prime ein. Oha, wieder Mana verballert. So, Faye, jetzt geht's ja in den Kragen, Junge. Ganz schön vorsichtig geworden, die Faye. Der muss mal ein paar Worte stellen bei dir. Da ist der Rampage schon in der Mitte unterwegs. Oh. Wo denn? Der läuft hier durch den Jungle rechts. Der ist jetzt rechts am Jungle da. Okay. Der wird mit Steinen nach mir. Mal rechts. Lol, der Severo grennt einfach in den Tower unsichtbar. Als würden sie ihn nicht sehen. Ich weiße. Bin tot. Ich mache uns unsichtbar aufzuschlagen. Sehr schön. Na, wir haben eine Tower gemacht. Links. Ich muss mal zurück. Faye ist zurück, Biatch. Klasse Timing. Sonic sagt, sein Skill reicht nicht. Er macht Level ab und der Erzähler sagt, your skill rises. Okay. Der Erzähler. Es ist der Erzähler. Entweder musst du Mitte oder... Okay, links ist tot. Ah, ne, links lebt noch. Aber der Tower ist tot. Ich will nicht auch so ein towerloser Midlaner sein, wie unsere... wie die gegnerische Faye. Oh, da kommt noch ein Rampage. Rotiere. Vielleicht kann ich einen zurücksetzen. Warte mal, hier ist der Quang. Ich will jetzt mal einen Tower machen. Hilf mir einer beim Quang. Hilf mir einer beim Quang. Fuck. Das ist Rampage. Ich bin tot. Ich kann mich zwei Stunden lang nicht bewegen. Oh, fuck. Ich kann ihn gleich zurücksetzen. Oder auch nicht. Ich glaube nix mehr. Okay, Mann haben wir. Ich setze den Quang zurück. Sehr schön. Nein, ich verpiss mich. Ja, die sind aber nicht schlecht, die Gegner. Aber bei uns ist es auch ganz gut. Jo. Ist ein schönes Match. Keiner, der irgendwie kacke spielt. Endlich mal. Schönes, ruhiges Match. Elotrip. Weißt du, warum so viele Jinn haten? Weil Jinn momentan in dieser Meta nicht mehr so stark ist wie andere. Wie zum Beispiel Wraith oder Revenant. Momentan sind andere Carries sehr stark. Und Jinn und Twinblast sind momentan nicht so stark. Deswegen wird die nicht gespielt. Vor allem, ihre Rechtsklick ist ja auch useless, wenn du nix zum Reflecten hast. Da zum Beispiel der Howitzer auch nicht mehr so in der Meta drin ist. Hier ist ein unsichtbarer Geist. Sollen wir Raps machen? Komm, wir machen schnell Raps. Rechts ist einer zum Abholen. Dann können wir Raps machen. Der macht sich doch eh unsichtbar. Leute, vergeudet keine Zeit. Machen wir Raps jetzt. Da kommt Rampage. Ja, dann lasst du. Ja, warte mal. Ich will gerade in seiner Hunde. Lassen wir drin verhungern. Ich setze ihn zurück. Ah, fuck, nicht getroffen. Der macht einen Stein. Ah, sehr schön. Er hat Dings dabei gehabt. Will der jetzt da hinterher? Ja, nee. Geh schon wieder raus. Ich setze ihn zurück. Komm mal, hier kommt er hin. Easy. Rechts brauchen sie Hilfe im Jungle. Jungle? Rechts auf der rechten. Ja. Links muss, äh, gedeppt werden. Fuck. Hilfe! Ich push Mitte. Es sind ja drei tot. Das müsstet ihr ja schaffen. Sehr schön. Zwei T2s haben wir. Komm zu dir mit, oder? Es ist alles gut. Okay, lass weggehen. Ich komm dir helfen. Okay. Können wir raus, ne? Oh, ich hab einen Minion gekillt. Achso, hier sind zwei. Okay. Er ist unsichtbar. Auch schon. Oh, fuck. Scheiße, ich hab irgendwas falsches geskillt grad. Ich glaub, ich hab zwei gedrückt. Ja, ich hab zwei gedrückt. Was mit dem Inip hier? Es sind zwei Tore. Du hast keine Warnung. GG. Alter. West Side. Was sind die Minuten? Das war doch mal... Wie lang ging es? Es ging 17 Minuten. 17. Alter. Da haben wir gequieselt, oder? War ich nicht so. Nur moralisch, ne? 0,1... Ja, sieben Assists. Guck mal. Das sind die meisten Assists. Man kann ja nicht jeden Last Hit kriegen. Aber super. Nice. West Side. Danke fürs Zuschauen. Lasten Daumen nach oben. Bis in der nächsten Folge. Stay BAM. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Tret dir schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr low Daumen hoch. Drück in dämmern Highscore. Kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...